Ich habe Hugo übrigens gesagt, dass er nach Köln ziehen soll und er meinte so, dass er bock hat, aber er hat keine Wohnung. Und wir gucken jetzt für Hugo nach einer Wohnung. Vielleicht kommt er nach Köln, das wäre krass. Ah, Gombi. Also wir meine ich, dass wir Leute vermitteln, die für Hugo gucken, aber ihr checkt schon. Das wäre ziemlich cool.